Und weitergehoppelt im, naja, mitten im Soundtrack von, äh, 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 lass kurz online. Wir stehen zusammen mit Basti immer noch hier irgendwie auf so einen leichten Hügel, wo ein Wegpunkt ist. Und mir ist ein Problem aufgefallen. Wir müssen wieder zurück. Weil, wie oben gut in der Ecke zu lesen ist, müssen wir noch mit Rekommandant Axios darüber reden, dass er mit bei unserer großen Mission machen soll. Irgendwie ist es... Naja, es ist irgendwie vorbeigegangen an mir, dass ich das nicht mit dir nochmal extra reden muss. Vielleicht hat mich auch ein bisschen irritiert, dass er jedes Mal aufs Neue sagt, dass man, äh, dass, dass er sich freut damit, dass er, dass er mir gerne helfen würde und das irgendwie der richtige Spruch kam nicht. Ich habe heute übrigens ein, äh, was ist ein Novum bei, ein bisschen so ein Oldum. Und zwar ich habe neben mir einen Tee stehen. Ich hatte früher immer so meinen Skyrim-Streams mit denen damals alles angefangen hat. Hatte ich immer Tee, eine ganze große Tantkanne bei und immer Zeug und, naja, waren damals andere Zeiten. Damals habe ich vier Stunden am Stück gestreamt und habe dann im Nachhinein irgendwie versucht, das, das sinnvoll auseinanderzuschneiden. Ich glaube, das meiste davon ist mittlerweile auch nicht mehr online auffundbar, so ohne weiteres. Aber ja, so war das damals. Äh, ja, und auch diesmal habe ich mir einen Tee gemacht. Übrigens, Zweiterkenntnis, ich kann meine, ich kann meinen, meinen Aufnahmeprogramm, was ich für, für ISO benutze, die X-Story, kann ich nicht sagen, dass es mit F23 anfängt, so aufzunehmen. Das ist extrem ärgerlich. Hallo, Kommandant Axios. Naja, wenn ihr sowieso schon mobil gemacht seid. Äh, Jungs, ähm, ich bräuchte Hilfe. Verrückte Kultisten? Die Rückeroberung unserer Garnison kann warten. Die Brigadisten von Grenzburg werden euch beistehen. Ich revanchiere mich immer gern für gefallen. Ich werde alle mobilisieren, die ich erübrigen kann und euch an der feste Rotmähne treffen. Wir kämpfen gemeinsam gegen diese Kultisten. Vielen Dank dafür. Nichts zu danken. Berichte über Ratsherr Vandassias Bosheit sind bereits zu mir vorgedrungen. Toll. Daher habe ich eine Ahnung, wogegen wir bestehen müssen. Ich freue mich, euch dabei zu unterstützen, diesem däbrischen Kult ein Ende zu machen. Wir werden euch an der feste Rotmähne treffen. Ja, ja. Vielen Dank. Besten Dank dafür. So, guti. Dann haben wir jetzt hier drei Faktionen zusammen. Ich glaube nicht, dass es irgendwas ändert. Obwohl, es könnte ändern, wie viele Ambitionen man am Ende retten kann. Äh, je nachdem, wie viele Legionen, äh, Legionen man hat. Weil ich würde mal stark vermuten, dass die... Oh, das ist ein großer Bär. Das ist für eine Ex, ist die großer Bär. Ich würde vermuten, dass so viele Ambitionen sterben, wie... Äh, beziehungsweise, dass sie sowieso ihre besondere Macht verlieren mit den Zinsen von, äh, Mehrrunus Dagon. Das, ähm... Entweder das funktioniert gar nicht so, oder das ist am Ende, kommt das halt anders. Mir fällt jetzt eben gesehen, warum diese Brücken so komisch aussehen, wie sie mit diesem Gehsteig. Das sind die Stadtbrücken, ne? Die sind... Genau die Brücke findest du so nach Stadt. Wir haben das gleiche Model einfach wiederverwendet. Was halt nicht sehr arm ist, weil es ist halt... Es ist halt kaum was gekostet, nochmal genau das gleiche Model, nochmal eine andere Textur zu machen. So, unabhängig davon sind wir noch nicht auf dem Weg zur Hauptbahn rein. Ja, sondern wir... Das ist, glaub ich, hier vorne ist sogar die Festung rotmier, ne? Also hier wird dann hinter die große Schlacht stattfinden. Wir können uns das Ganze ja schon mal auf... Komm, wir müssen mal aufs Reinkommen. Ne, ich komm echt nicht rein. Ach, doch, hier ist einer. Okay, alle Leute sind hier. Kann ich hier schon mal irgendjemanden reden? Ach, guck mal hier. Die Dings sind auch schon alle da. Ja, warte mal, aber das ist dann eigentlich relativ egal. Utumira, Merta, Elosti, die plötzliche Böe. Das sind alle da. Evil, die ist auch da. Aber wir haben einen Hauptbahn rein. Noch nicht. Okay, gut. Also hier müssen wir erstmal fürs Erste noch nicht hin. Es gibt nämlich noch andere Orte zu welchen Laufen. Wir müssen uns zum Beispiel noch Miri holen. Ich frag mich übrigens ernsthaft, wie man hätte über Miri fallen sollen, wenn man nicht die... Wenn man da nicht hingeritten ist. Weil das ist die eine Ecke, wo ich die ganze Zeit darauf gewartet hab, dass wir da irgendwann nochmal hinkommen. Und das bis heute nicht passiert ist, ne? Ich hätte mal vor einer... Vor drei Quests gucken müssen, wie es da aussieht. Wir haben übrigens den Schreien von Nocturnal entdeckt. What? Wie, der Schreien von Nocturnal? Cool. Tuste Nocturnal, ich flehe euch an. Undankbares Kind. Er duldet die Folgen eures Scheiterns mit Würde. Ähä. Sterbliche. Ich befehle euch, mit mir zu sprechen. Cool. Äh, wer ist sie? Die Qual, die mich erwartet, ist eine Würde, die ich schultern muss. Wenn meine Fürstin mir gegenüber doch nur Gnade zeigen würde. Das ist übrigens überhaupt nicht die Quest, auf die ich eigentlich aus war. Aber ich sag mal so, dass ich bin über jede Nebenquest, die vielleicht irgendwo nochmal ein bisschen Wordbuilding betreibt oder die mich dazu bringt, um was zu erzählen. Äh, freu ich mich sehr. Ich mag Geschichten. Deswegen machen wir das ja alles, ne? Na gut, Nocturnal möchte mir sprechen. Mal wieder. Hatten wir, hatte das, das, das Gefäß bereits eine Begegnung mit Nocturnal? Ich glaube nicht, oder? Das irritiert mich immer so ein bisschen. Warum ist das eine Ex an den Füßen? Ist das Kanon? Ich meine, die Raben wahrscheinlich eher, oder? Hallo, Nocturnal, ich grüße dich. Möge die Finsternis euch und den Boden, auf dem ihr wandelt, verfluchen, Sterbliche. Hallo. Wäre ich nicht durch diese erbärmliche Kreatur, die meine Akolytin sein will, abgelenkt, würde ich euch in Stücke reißen. Ein Tetra-Anbieter kann ziemlich hart sein, wenn man es nicht schafft, es in den guten Willen zu erobern, nicht wahr? Na gut, was ist denn mit deiner Akolytin? Ja, ein treuloser Schwächling namens Melona Brolus. Als die bekamen, um sich meinen Besitz zu nehmen, sprach sie mit ihnen wie mit Freunden und bat sie aufzuhören, als ob ihnen das Einhalt gebieten würde. Ja, genau, was ist jetzt weg? Ich meine, eine Statue ist offensichtlich noch da. Echt eine ganz schöne Statue. Die Schattensichel. Ein mächtiges Instrument meines Willens. Wegen ihrer Unfähigkeit, sie zu beschützen, wird Melona nie wieder schlafen. Ich frage mich, wie lang sie durchhalten kann. Vielleicht habt ihr den Mut, meine Sichel zurückzubringen? Mit ihr könntet ihr großartige Belohnungen ernten. Sie wird nie wieder schlafen? Das liegt in Oktera als möglich. Na gut, wenn du dich halt in den Tetra hingibst, dann können sie ja Dinge tun. Ich frage mich halt immer wieder, inwiefern man, wenn man sich erstmal einmal hingegeben hat, inwiefern man die Macht der Tetra wegbrutforcen kann. Also wenn du halt jetzt... Ich nehme ihn immer gerne als Beispiel, weil irgendwie der mächtigste Magier es nicht kenne, wenn du jetzt zu David Führ hingehst und der aus irgendwelchen Gründen Willens ist, ob der was machen könnte für dich. Oder ob dadurch, dass du dich halt tatsächlich wirklich dem Tetra hingegeben hast und damit quasi den Weg eröffnet hast, du an sich erstmal, dass die ganzen Schutz, den du normalerweise als Sterbliche zur Verfügung steht, dass es einfach weg ist. Weißt du? Na gut, ich finde das Ding bestimmt. Ich werde es bezeugen. Enttäuscht mich nicht. Nun sprecht mit meiner Akkulütin und findet die feigen Narren, die es gewagt haben, mich zu bestehlen. Ja, ähm, ja, ähm, wie können wir das wirklich... Oh, gut, dass das Tetra anzweifeln, dass sie es wirklich sind, ist schon geil. Hatten wir mit Nocturnal... Ich überlege gerade, wer war denn, wer war denn unser L2-Boss in, 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 in Dings? Äh, da ist gerade mit Online Nocturnal... Die hat doch das Zwielicht, oder nicht? Da kam doch dieser Dingsbum, sondern nicht. ... Die älteste Story von der Götter der Dieben wird das Messer der Diebe gestohlen. Ähm... Mein Browser, den ich hier irgendwie standardmäßig beim Aufnehmen im Haufen habe, Der ist ja nicht Firefox, sondern Vivaldi benutzt Startpage als Such-Dingsbums. Nocturnal Online. The Main Intergenist of Elder Scrolls Online. Somerset. Also wir hatten bereits eine Begegnung mit Nocturnal. Haben wir sie nicht sogar im Zweikampf noch besiegt? Na gut, wer bist überhaupt die echte? Die Schemen von Immergrau tanzen am Rand eures Sichtfelds. Ich bin Urdra. Ich bin Nocturnal. Ja, oder eine sehr begabte Ehrlich-Situation. Also ich glaube das ja nicht. Ich habe euch schon einmal gegenseitig gebeten. Wollen wir es jetzt nicht nur ein weiteres Komplott ist? Das ist natürlich immer ein weiteres Komplott. Wir reden hier über Dedra, meine Güte. Ein kleinlicher Streit. Ich bin ewig Sterbliche. Meint ihr, ich sehe in eurer Impertinenz irgendetwas anderes, als ein Flackern der Kerzenflamme der Zeit? Meine Sichel wurde gestohlen. Ich will sie zurück. Das ist alles. Sind Dedra eigentlich? Also selbst die großen Dedra? Ich meine, das wird ziemlich oft festgestellt, dass zum Beispiel die Edra, die auch immer gerne als Götter bezeichnet werden, dass die nicht wirklich göttlich sind. Weil das große Ding an so Göttern, was immer wieder hervorgehoben wird, ist halt diese Omnipotenz. Beziehungsweise, wenn es nicht zumindest die Omnipotenz ist, denn zumindest die Omnipräsenz? Weil das halt, das für Menschen, glaube ich, schwer vorstellbar ist, dass ein Bewusstsein an mehreren Orten gleichzeitig gleichsam interagiert und alle miteinander verbunden sind, weil Menschen in ihrer Vorstellung schon ziemlich singulär an einem Ort sind. Oder wenn dann nur ganz schnell hin und her switcht und dieses Gefühl, dass man an mehreren Orten, also im Vergleich verteilt ist, das ist halt doch irgendwie schon schwierig. Na gut, wie kann ich euch trauen? Vertraut mir oder zweifelt an mir. Für mich macht das keinen großen Unterschied. Ich sehe über eure früheren Übertretungen und Fehltritte hinweg Sterbliche. Wenn belangloser Groll euch davon abhalten soll, meinen Segen zu ernten, dann soll das eben so sein. Ähm, ja gut, tschüss. Ich wette, Nocturna wäre trotzdem sauer. Weil, also gehen wir mal davon aus, Nocturna ist omnipräsent. Oder zumindest multipräsent. Wir gehen mal nicht davon aus, dass er vielleicht immer grau ist, er vielleicht wirklich omnipräsent. Aber in Dingsbums... In, 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 in... Gehört der Nikola... Gehört die Eierkse dazu? Hm. War nicht ein ganz schönes Gewand. Ähm, der Rabel auf jeden Fall macht wahrscheinlich mit, oder? Aber hier ist noch einer. Schön. Wie die beiden auf der Statue. Prächtig. Da sind sogar drei. Oh. Oh, vier. Na gut, wahrscheinlich einige mehr. Ähm. Denn, denn ist jetzt die Frage, was machen, was würden die machen, wenn hier auf einmal Bevölkerung, Bevölkerungsexplosion ist? Und das ganze Land, was wir hier sehen, ist einfach mal wesentlich dichter besiegelt. Und es gibt auf einmal tausende Deidreanbieter. Kann sie, Anbieter, kann sie denen allen gleichzeitig dienen oder ist irgendwann ihre Kapazität überladen? Also, wie weit geht denn die Macht? Von, von so einem Deidre? Also, wie, äh, sind die wirklich ultra-multipräsent? Also, die kriegen jedes, also, denn wieder omnipräsent, die kriegen wirklich jedes, jeden Diebstein ihres Tempels mit und so weiter und so fort in jedes Gebiet? Oder eher nicht? Und das, man kann die tatsächlich überlasten. Weil das wäre eine Schwäche, an die man ansetzen kann. Hallo Milona Bolus. Wenn ich nur eifrig genug Buße tue, wird Nocturnal vielleicht Gnade zeigen. Ja, das Ding ist, Deidre sind, soweit ich das beurteilen kann, faul. Eigentlich irgendwie immer. Obwohl, Nocturnal ist tatsächlich noch eine von den, ich sag mal, du opferst selten Leute im Blut, ne? Also, das kommt zwar vor, aber wenn ich hier an Mephala denke, oder halt, das ist hier, Merunus Dagon oder Molag Bal, da bist du wesentlich öfter beschäftigt, irgendwelche Leichen auszubuddeln, Leichen zu verbuddeln und Leute zu entführen, die du halt auf dem Opferalltag rüberschleifst. Mit Nocturnal ist das, glaube ich, alles immer ein bisschen, ich sag mal, zurückhaltender, ne? Na gut, so, was ist denn jetzt mit der Schattensehe? Ich war hier und ehrte die Herren, wie ich es jeden Abend tue, als Giovanni und Darene, ein paar Leute aus Leavien, die ich schon seit unseren Kindertagen kannte, aus den Schatten traten. Sie nahmen das Relikt meiner Fürstin. Ich versuchte sie aufzuhalten, aber ich, ich konnte es einfach nicht. Ähm, welchen Sinn genau verfolgt sie beim Deedra anbieten, wenn es nicht Macht ist? Weil offensichtlich hat sie keine, sonst hätte sie ja was machen können. Das ist ja immer das Ding, dass du halt zu Deedra anbietest, weil du halt irgendwie was von ihnen willst und die in der Regel geben, die hat ja auch was. jetzt ist ein bisschen Skyrim, kriegst du halt am Ende immer irgendein lästig Ausrüstungsgegenstand. Ich erinnere mich noch sehr gut an das gute Schild von Meridia. Ne, warte, Meridia gibt ein Speer, äh, Schwert. Wie immer eigentlich, wer hat denn das Schild gegeben? Man möge mich daran erinnern, was genau das war. Irgendjemand hat ein Schild gegeben, der andere hat ein Schwert gegeben, diese Sonnenbrecher. Ich glaube, das war Meridias Schwert, ne? Ja, das Schild war auch cool, den Zauberbrecher. Was ist der Zauber? Wie hieß denn das Ding? Das Ding war es, was Magie abwehren konnte. Ich dachte, das hat auch mal Meridia rausgerückt, aber ich könnte, aber das könnte auch von der, ne, Azora gibt ja auf jeden Fall diese dummen Sterne, gibt sie immer. Ja, spielt auch keine Rolle. Na gut, und wo ist das Ding jetzt hin? Na gut, und was mache ich dann, wenn ich den Typen finde? sie meinten, sie würden sich treffen, nachdem sie die Sichel Tumamaxat überbracht haben. Vielleicht könntet ihr Giovanni zu diesem Treffen folgen? Tumamaxat ist ein mächtiger Nekromant. Meine Freunde stecken in größeren Schwierigkeiten als ich. Bitte helft ihnen. Ich werde euch bezahlen. Naja, weil die Kommanden brauchen meistens Tod, um was zu machen, ne? Na gut, ich finde mal Giovanni. Wenn ihr Giovanni in Leiaven finden könnt, folgt ihm zu seinem Treffen mit Darene. Und, ich weiß, das ist viel verlangt, aber könntet ihr versuchen, sie dazu zu bringen, das alles hinter sich zu lassen? Die Diebstähle und die Verschwörungen? Das ist es nicht wert. Ich will einfach, dass sie sicher sind. Das ist, ich weiß, nicht, das ist halt irgendwie, also die Drei-Anbieterin hat sie jetzt, ist sie jetzt nicht gerade, ist so so zwei von zehn, ne? Also, wenn ich schon Drei-Anbiete, dann wäre es denn richtig und nicht so, ist das, ist das was Nocturnal ihren Jüngern anbietet? Ich meine, das klingt jetzt wie so eine Wicker, die hat irgendwie angefangen hat, hier irgendwie die alten Bräuche zu machen und jetzt immer steht die Hexe auf. Oder was auch immer die anbieten. Und die ist jetzt wirklich total überrascht, dass hier Nocturnal immer sagt, ja, warte mal jetzt, will ich auch mal Leistung sehen. Aber da hättest du halt vorher was einfordern müssen. Na gut, die kennst du also? Giovanni ist eine freundliche Person und der Rene ist schroff, aber sie hat sich immer stellvertretend für uns alle gewehrt, als wir noch klein waren. Ich kenne sie. Das sind keine schlechten Leute. Und wenn ich mit Tuma Maxat recht habe, hat niemand das Schicksal verdient, das sie erwartet. Tuma Maxat. Hieß die lustige Nekromantin nicht? Die Eiszauberin? Nicht auch irgendwas mit Maxat? Irgendwas? Ah, nee, sie hieß, glaube ich, nur Maxat, ne? Na, warte mal, nee, das ist zu lange her, das steht ja nicht in diesem Notizbuch. Ah, nein. Ich müsste eigentlich viel mehr Tagebuch führen oder sowas, ne? Also, ich bräuchte eigentlich sowas, ich bräuchte so ein voll integriertes, ich müsste hier eigentlich auf ein Tablet schreiben und immer gleich so eine Namensliste führen, so Zeug, wo ich dann immer alles genau vorrätig habe, wer, wann ist, dass ich hier quasi perfekt vorbereitet bin. Habe ich aber nicht. Stattdessen habe ich euch, liebe Zuschauer, die mir in den Kommentaren Dinge erzählen. Na gut, wer zur Hölle ist Tuma Maxat. Früher kam er einmal alle zwei Wochen in den Schrein. Er sagte immer, er würde nur seinen Respekt erweisen. Ich ahnte nicht, was er vorhatte, wozu er imstande war. Ich bin mir nicht sicher, was geschehen wird, wenn er die Macht der Sichel mit seiner Nekromantie zusammenbringt. Ja, ja, sicherlich. Was hat er noch zu sagen? Wenn ihr Giovanni in Leiaven finden könnt. Okay, gut, jetzt tatsächlich keine neuen Sprüche. Dann kann ich nochmal zu Nocturnal gehen. Ich meine, an sich ist ja nur ein Schrein. Okay, jetzt da vorne ist eine Eindex und eine Liedemenge Raben. Oh, ich kann nicht mal um Nocturnal sprechen. Das ist ja in Überraschung, dass die da nicht immer mehr quatschen. Ähm, ja. Okay, dann reiten wir mal nach Leiaven. Das ist übrigens interessant, dass das jetzt das x-te Mal, dass irgendjemand wichtige magische Artefakte steht und dann für gerade Nekromantie scheint mir sehr universell zu sein als Magie. Also viele Sachen brauchen halt irgendwie Einstimmungskristalle, haben wir ganz oft. Da gibt es irgendwelche, ich erinnere mich noch, wir hatten diese Mikro-Ruhnen hatten wir zwischendurch mal, was ja richtig schön Magie-Hightech war. Nur doof, dass sie die archäologisch ausgegraben haben und das Zeug selber nicht mehr herstellen können. Die sind schon wieder Oger. Ähm, die Mikro-Ruhnen waren immer sehr spannend und halt das, das ist halt mit Dekromantie kannst du halt scheinbar mit jedem D-Tuschen-Artefakt, dass du irgendwie uftreiben kannst, ufladen. Nicht so. Da heißt übrigens Giovane Corvus. Corvus, wie der Rabe. Das Wappentier von... Das ist ja mal nötig. Das ist ewig. Da gibt ich einen schweren Sack. Ist da was drin? Ruppe Dieterz. Ja, nee, danke. Siehst du, da wäre in der Stadt direkt ein Händler, aber den könnte ich ja nicht kurz quatschen und mein Zeug abbelingen. Das wäre ja auch mal ganz kürzlich, ne? Zurück zum Thema. Auf jeden Fall können anscheinend Nekromanten ihre Magie wie auch Maxa. Wie ist sie denn? Sie ist auch mal so ein Maxa, glaube ich. Das ist die Frostzauberin aus Greymoor, die sich dann die eine Gouverneursttochter verliebt hatte, die dann irgendwie als Schneeprozent sich gegen gelaufen ist. Auf jeden Fall, das geht ja mal. Du kannst das, Nekromantie kannst du mit alles so wie betreiben. Du nimmst mal den Gegenstand daher und dann läuft das. Aber das heißt aber auch, dass du die Macht der Dedra auf jeden Fall entgegenwirken kannst, ne? Die sind halt nur sehr, sehr, sehr mächtig. Aber das beschwergt mich ja nicht in den Glauben, wenn das, prinzipiell ist das ja alles der gleiche Saft, so wie es aussieht. Die scheint ja, Magie scheint ja interoperabel zu sein, wenn man das so sagen kann. Man kann abgesehen, dass sich in der Regel Magie nicht in solchen, ich sag mal, logischen Maßstäben fortbewegt. Das ist ja mal ein bisschen die große Unterscheidung, dass ich rede öfter darüber. Du hast auf der einen Seite hast du hier diese Dodge Air Amati Magie, die halt irgendwie bestenfalls unkontrollierbar ist und welche Dinge tut und so richtig und manchmal tut sie halt Sachen, die du ausnutzen kannst und die sind ganz praktisch und dann hast du da halt oder du hast halt so eine Sender so eine Magie, die quasi physisch durch Wollen ist und auch sehr vorhersehbar funktioniert und auch genau so, wie du dir das wünschst. Na ja, unabhängig davon. Das sag ich mir gerne unabhängig davon. Fredesa Zensurius? Ach, bestimmt mal. Hat der Limm-Beton wiederhabe ich auch schon geredet. Hey Magiegel, ich würde dich Delikwesten machen, würde ich nicht tun. Sie müssen nicht jetzt. Aber würde sie anbieten. Wo ist denn der Wunsch Giovanni? Na ja gut, da vorne ist er auch. Dann quatschen wir mal mit ihnen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao.